Martin Brudermüller eröffnet seine Ansprache zur Hauptversammlung 2022 mit einem Blick auf schwierige Zeiten, den Krieg in Europa und das Leid der Menschen in der Ukraine. Wir verurteilen den Angriffskrieg der russischen Regierung auf die Ukraine. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Er ist mit internationalem Recht und unseren Werten nicht vereinbar. Wir stehen für Freiheit, Demokratie und die Achtung der Menschenrechte. Als Konsequenz stellt BASF alle Geschäfte in Russland und Belarus ein, die nichts mit der Nahrungsmittelproduktion zu tun haben. Die wirtschaftliche Entwicklung bleibt indes auch während der Ukraine-Krise stabil. Trotz steigender Energiepreise stieg der Umsatz im ersten Quartal 2022 im Vergleich zu 2021 um 19 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro. Der Gewinn legte sogar um 21 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 2,8 Milliarden Euro. Wir halten uns an unseren klaren strategischen Kurs, unseren verstärkten Kundenfokus und unsere Kostendisziplin. Unseren Erfolg, dabei verdanken wir der guten Zusammenarbeit und dem Zusammenhalt unseres weltweiten Teams. Ein mögliches Embargo gegen Erdgas aus Russland lehnt Martin Brudermüller entschieden ab. Es geht einerseits um die Haltung und um die bedingungslose Unterstützung der Sanktionen. Es geht aber andererseits um die globale Verantwortung für mehr als 110.000 Mitarbeitende sowie unserem Beitrag zum Erhalt der deutschen und europäischen Volkswirtschaften. Um es ganz klar zu sagen, eine kurzfristige Lösung, Erdgas aus Russland zu ersetzen, gibt es nicht. Priorität von Politik und Wirtschaft muss es aber sein, sich aus dieser Abhängigkeit so schnell wie möglich zu befreien. Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um unsere Abhängigkeit von russischem Gas am Standort Ludwigshafen möglichst zügig zu reduzieren. Das alles geht nicht auf Knopfdruck. Wenn über Nacht die Erdgaslieferungen aus Russland wegfallen würde, das zu einer irreversiblen Schädigung der Volkswirtschaft führen. Mit Blick auf die BASF-Aktie stellte Brudermüller heraus, dass deren Entwicklung dem starken Geschäftsverlauf 2021 nicht entsprach. Deshalb haben wir uns zu Jahresbeginn entschlossen, bis Ende 2023 eigene Aktien im Wert von bis zu drei Milliarden Euro zurückzukaufen. Forschung und Entwicklung bleiben ein zentrales Element der Firmenpolitik. Zukunftstechnologien sollen helfen, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern und das große Ziel, Klimaneutralität zu verfolgen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen. Die Aktionärinnen und Aktionäre können sich zudem über eine Dividende von 3,40 Euro pro Aktie freuen und wohl schon bald über eine Hauptversammlung in Präsenz. Der Aufsichtsratsvorsitzende Kurt Bock stellte in Aussicht im nächsten Jahr im Mannheimer Rosengarten, nach drei Jahren endlich wieder in direkten Kontakt mit rund 7000 Anlegerinnen und Anlegern treten zu können. BASF – We create chemistry über eine gute Freunde in der Betriebe Freeland zu Sizemagen, nach zwei Jahren wieder in der Kapitel zu verhindern. – Einiges, das ist einiges, was wir für die Beziehung des drugs,